Moin leute und herzlich willkommen zurück zum programmieren lernen heute wollen wir uns mit den typen von funktionen Beschäftigen und das ist ein bisschen heftiger als jetzt normale typen uns anzugucken wir wollen jetzt aber einfach mal hier eine function definieren und das ist jetzt von mir aus erst mal vorerst ein integer Function und jetzt nehmen wir die einfach mal fu und bekommen hier ein integer parameter rein Und was wir machen ist einfach wir geben diesen parameter zurück so Das solltet ihr ohne probleme verstanden haben das ist auch absolut kein problem für euch wir rufen jetzt einfach mal diese funktion fu auf mit 42 das ist ja absolut kein problem denn wir geben hier einfach ein parameter als integer rein 42 und geben den wieder aus So und jetzt passiert aber was was wir eigentlich auch schon mit generischen funktionen gesehen haben und zwar dieses ding hier wird einfach Ein generischer typ t oder es fällt einfach komplett weg das heißt die funktion muss ich selbst drum kümmern was sie für Den typ hat und jetzt sehen wir plötzlich Wir haben eigentlich ganz viel mehr möglichkeiten wir können nicht nur alle integer rein stecken nein wir können auch strings rein stecken Funktioniert ja genauso denn wir gehen wir hier einfach das ding zurück das heißt wir haben hier im endeffekt eine generische funktion Und solche generischen funktionen sind eigentlich der standard für Funktionale programmiersprachen und wie ich euch letztes mal schon glaube ich erzählt habe werden immer mehr sprachen tatsächlich in richtung Funktional und objekt orientiert in beiden also beides auf einmal so zu sagen das bedeutet wir haben hier eigentlich eine implizit Generische funktion und zwar bei jeder einzelne funktion die wir schreiben so sieht eigentlich okay so nicht ganz aber jede pfeifen funktionen hat keine typen das heißt wir müssen hier nur Hinschreiben dass wir eine funktion haben und dann uns um die funktion kümmern aber wir müssen nicht angeben was für parameter wir reinstecken Das heißt ja wir müssen erst mal uns überlegen wenn wir eine funktion schreiben hey was für ein typ hat diese funktion eigentlich was dürfen wir da alles reinstecken Klar wenn ich jetzt hier plus 42 mache dann bin ich etwas mehr naja limitiert sagen wir mal Aber python macht da relativ viel für euch und natürlich andere funktionale sprachen also richtige funktionale sprachen pfeifen ist ja beides in einem also objektorientiert Unfunktional Richtige funktionale sprachen machen dann auch viel viel mehr und deswegen wollen wir uns heute angucken was denn funktionen funktionen für typen haben So man gibt die typen von funktionen normalerweise in diesen klammern an damit man auch weiß es handelt sich jetzt hier um eine funktion Okay und dann sagen wir erst mal Eingabe und ausgabe so und wir sehen hier okay wir wollen irgendwas reinstecken in unsere funktion das heißt so was wie Etwas vom typ a wir könnten jetzt natürlich auch typ t sagen oder typ integer wir sagen jetzt einfach mal typ integer auf typ integer Was bedeutet dieser pfeil hier naja das bedeutet dass es eingabe das ist ausgabe wenn ich jetzt zwei parameter habt also param 2 dann habt ihr trotzdem noch ein pfeil dazwischen das ist einfach die variante wie man sich entschlossen hat diese dinge hier jetzt Rein zu stecken okay wir lassen jetzt diese funktion fu mal so ignorieren den zweiten parameter immer und geben einfach den ersten immer aus So und was jetzt das im endeffekt ist ist falsch weil wir haben hier nicht unbedingt die restriktion Einfach nur integer zu benutzen sondern wir können wie gesagt hier auch strings rein stecken wir können ja auch ein string und eine zahl rein stecken Wir geben halt einfach nur immer den ersten nur aus und das bedeutet für uns erst mal okay input Und output also vom ersten parameter der erste parameter muss den selben typ haben wie der output denn den geben wir hier gerade wieder zurück Das heißt wenn wir hier einen anderen typ haben wie der input das funktioniert nicht also ich kann nicht so was machen wie Genau das ist eigentlich ein gutes beispiel in A ist gleich fu von 42,42 das geht nicht denn ich gebe hier Parameter rein das wäre in dem fall hier die 42 als string Und dann geben wir diesen string wieder zurück das bedeutet das hier in da geht nicht aber Das hier geht wunderbar und deswegen geben wir also das ist immer noch dieselbe funktion das ist nur ein anderer aufruf das heißt es kommt ja auch auf den aufruf drauf an ob der Erlaubt ist oder ob der nicht erlaubt ist und deswegen kann man hier sagen okay wir nutzen jetzt wieder sogenannte generische typen Und sagen uns hier wir haben ein typ a als input für den ersten parameter also für param brauchen wir ein typ a Und für dieses für den ausgabewert also das letzte hier ist der ausgabewert da haben wir auch dann einen typ a So und der zweite naja der wird ja nie benutzt das heißt der ist uns eigentlich Völlig wurscht hier kann rein was auch immer möchte und das bedeutet wir haben hier einfach die möglichkeiten typen b anzugeben Ja und schon sind wir dabei und das wäre der typ für diese funktion wenn wir jetzt hier natürlich Hergehen und sagen wir geben ab sofort immer parameter 2 zurück dann ist uns der erste parameter egal und wir haben hier Eben ein b so warum jetzt a und b warum nicht wieder t naja a und b man fängt einfach vorne mal vorne an dem alphabet bei generischen typen hat man meist nicht so viel da reicht ein t Dann vielleicht noch ein u und ein v im notfall aber mehr braucht man normalerweise eigentlich nie Hier kann es tatsächlich mal vorkommen dass man irgendwie zehn verschiedene typen hat deswegen hat man sich gedacht mensch fangen wir doch einfach Mal vorne an das müsst ihr nicht angeben aber es ist natürlich sinnvoll wenn man sich im kopf behält was das ist das heißt hier ist natürlich auch wichtig Was wir für einen aufruf haben also der aufruf so wie er jetzt ist achtung wir haben wieder parameter 2 hier drin Dann soll ich das hier vielleicht noch mal so machen So wie der aufruf jetzt ist funktioniert das ganze das heißt euer skript stürzt nicht ab oder euer programm so Funktioniert das ganze nicht das heißt euer skript stürzt ab so wiederum Stürzt euer skript nicht mehr ab und alles läuft wunderbar durch Und im normalfall habt ihr sowieso variablen die einen variablen typ haben das heißt so funktioniert das immer und a wird einfach immer der richtige wert zugewiesen Sprich in dem fall jetzt wird an string und in dem fall wird es ganz komisch und in dem fall Wird a ein eine zahl oder halt ein ja ein buchstabe kein buchstabe eine zahl Und hier kann man jetzt natürlich auch noch unterscheiden okay bekommen wir jetzt hier 42 oder bekommen wir 42,0 und wenn wir jetzt hier her gehen und zum beispiel plus 1337 rechnen dann sind wir schon wieder ein bisschen Limitierter wir müssen jetzt hier also als input da wir hier irgendwas mit addieren machen das geht für ein string zum beispiel nicht wir brauchen hier Tatsächlich für eine addition eine zahl als typ Das heißt wie unser output weil wir hier irgendwie was mit output berechnen muss eine number sein ja gut dann muss aber auch offensichtlich unser parameter 2 eine number sein Und number ist jetzt die oberklasse also sowas wie parent class kennen wir ja alle sowas wie Double integer long byte float fällt alles darunter unter number natürlich das heißt number ist Die parent class für all diese klassen die ich gerade aufgezählt habe das heißt wir können hier immer noch ein double reinstecken wir können immer noch Ein integer reinstecken oder ja zum beispiel auch nur ein byte oder sowas das könnte man natürlich auch als byte betrachten Und dann sorgt der compiler automatisch dafür dass das hier der richtige typ ist und dass das alles so funktioniert Okay Das ist erst mal der grundlegende typ von funktionen jetzt sind wir hier aber noch nicht ganz durch und zwar gibt es noch sogenannte funktionen höherer ordnung Und dann kann man auch noch so ein schmal wie currying betreiben und was das alles ist das schauen wir uns beim nächsten mal an wir hören uns bis dann Ciao Ciao